Hey Leute und willkommen zu einem anderen Video und zwar zu einem etwas anderen Video, denn vielleicht kennen einige von euch ja schon den guten Bio-Verbot und der hat für mich einen Song gemacht und der kam gestern Abend online, ich wollte den unbedingt angucken und ich war zu faul mich fertig zu machen und hat heute eine englische mündliche Prüfung, deswegen dachte ich so, okay, ich gucke mir das jetzt extra nicht an, weil ich habe keine Lust dann eine Reaktion zu faken oder so, deswegen schauen wir uns das jetzt das erste Mal zusammen an und ich bin mega gespannt und ja, vorab wollte ich noch sagen, die Leute, die Bio-Verbot kennen, bitte hatet ihn nicht, weil an sich, klar, man kann erhalten von ihm, was man möchte, das ist halt so ein Tanzverbot nachmache oder was weiß ich, aber ja, keine Ahnung, ich finde es halt ein bisschen unnötig, ihn dann zu haten, also wäre es lieb, wenn ihr ihn nicht beleidigen würdet oder so, weil an sich ist er echt eine mega nette Person, ich habe auch schon öfters mit ihm geschrieben und habe auch schon mal mit ihm geredet und da war er ein ganz netter Dude, also ja, seid nicht so streng mit ihm. So Leute, okay, ich bin echt mega gespannt, weil ich habe hier so gar keine Vorstellung, was mich erwarten wird. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Es ist so komisch, wenn noch nie jemand irgendwie für mich mit ihm Zong oder irgendwas in der Art gemacht hat und ja, ich bin gespannt. Erstmal zu Meckis oder was ist das? Ich glaube, es müsste Meckis sein, aber ich habe ein Bild gesehen auf Twitter davon. Okay. Ja, ich träume von dir, darf die Haltung nicht verlieren, bring es zu Papier, diese Zeichen viel zu real, Sarah, wir sind uns so nah, doch oft zu krass. Alter, ey, was? Oh Mann, ich bin gerade, keine Ahnung, ich habe damit gar nicht gerechnet, weil mit der Stimme, die klingt so komplett anders, aber okay. Alter, aber ja, okay, wir können erst mal weiter. Oh Gott. Ich kann es nicht beschreiben, diesen Schmerz ist hinter mir, gebe Gas nur für dich. Du sollst meine Frau werden, denn ich liebe dich. Du bist wunderschön, bin die meiste Zeit allein. Und diese Scheiße brennt sich Stück für Stück weiter in meinen Kopf rein. Ich würde für dich sterben, Sarah. Du sollst es merken, Sarah, dass ich dich nur will, Sarah. Kein Boy mit einer Mille Geld. Komm mit und ich zeig dir die Welt. Machen, was dir gefällt. Gehen Pizza essen oder zocken. Du bist die eine. Und die anderen sind nur Fotzen. Spürst du diese Zeit? Weißt du, was ich meine? Bring dich jetzt zum Weinen. Ja, bis du es jetzt endlich kapierst. Bioverbot ist so vernünftig. Doch ein Joint unterzieht nicht. Nein, nicht mal ge... Ich hätte doch gar nicht darauf geachtet, dass da noch wer anders mit bei ist. Wow. Ne, aber jetzt schon mal zu dem Part. Aber ich weiß nie genau, inwiefern Bioverbot das jetzt genau ernst meint. Äh, dass ich irgendwie gedacht habe, ja, okay, ich brauche jetzt eine passende YouTuberin. Nehme ich jetzt einfach mal Sarah. Oder ob er sich da echt irgendwie... Keine Ahnung. Weil er leicht verknallt ist. Ich kann das echt gar nicht einschätzen bei ihm. Aber er ist echt... An sich ist er eine mega nette Person. Und keine Ahnung. Irgendwie ist das ja schon süß, oder? Vora! Frag... Nein, denn er ist über Gras. Seine Seele aus Stein. Sein Willen ist wie Granit. Ey. Und er schreib extra für Sarah dieses Lied. Du und ich füreinander bestimmt Diese Scheiße ist so doof, wie es auch klingt Denn ich bin immer für dich da, du bist immer für mich da Ja, ich schreibe diesen Part, weil ich bin voll am Arsch Diese Scheiße ist kopfweh Ja, diese Scheiße ist kopfweh Ich weiß nicht, warum ich hier rumsitze Ich soll es zu dir fahren, Sarah Du bist mein Leben, Sarah Oh Gott, okay Ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll Aber jetzt ohne Witz, ich finde das echt voll süß Weil, guck, wer kann schon von sich sagen, dass er einen eigenen Song hat Oder dass für ihn ein Song gemacht wurde Sagen wir es so Ach, Mann Okay, Leute, meine Aufnahme ist ein bisschen abgehakt Der Ton ist manchmal einfach weg Deswegen nehme ich das jetzt nochmal so auf Auf jeden Fall habe ich hier auch noch gesagt, dass Ich es auch krass finde Weil ich glaube, er hat sowieso noch keinen einzigen Song Online gestellt, soweit ich weiß Und dafür, dass es so sein erstes Mal war Finde ich das eigentlich echt mega cool gemacht alles Und auch die Mühe dahinter Und so Das ist ja echt nicht selbstverständlich Dass sich da irgendwer hinsetzt und sich die Mühe da macht Und ich finde so Fürs erste Musikvideo war es doch eigentlich schon recht professionell Klar, es ist kein Meisterwerk, ne Aber so für Bioverbot fand ich das eigentlich echt gut Also es hat meine Erwartungen auf jeden Fall übertroffen Auch mit seinem Featurepart da Von diesem R, Y, Z Wahrscheinlich spricht man das Englisch aus Aber egal Das fand ich auch mega krass Also kann ich heute schon auf seinen Kanal gehen Aber irgendwie ist der nicht vorhanden Aber ich glaube, der könnte auch echt Was reißen Weil der hat gar nicht mal so eine schlechte Stimme Ich hatte uns das Da Ich finde, der hat eigentlich echt voll die nice Stimme, ne Ich war aber manchmal familiär wegen Bioverbotsstimme Das muss ich auch ehrlich zugeben Deswegen muss ich auch manchmal das ein oder andere mal schmunzeln Aber ja Das soll ich nochmal so zwischendurch sagen Alles klar Ah Leute, ich finde das irgendwie so knuffig, ne Auch wenn einige da schon so ihr Bild von Bioverbot haben Was jetzt nicht gerade ein positives Bild ist Aber man muss auch so immer so hinter den Menschen Hinter den Kanal so schauen Und da ist er echt mega, mega lieb Das sage ich gerade schon die ganze Zeit Aber ja, ich finde es immer schade Weil irgendwie habe ich auch schon oft Irgendwelche Kommentare zu Bioverbot bekommen Dass sie ja einige nicht so Ja, ein bisschen kacke finden Sagen wir es so Und ich weiß nicht Finde ich ein bisschen schade Man kann es den Leuten auch nicht übel nehmen Weil man, ne Aber Trotzdem vielen lieben Dank an Bioverbot für den Song Und ja Ach Leute, es tut mir so leider Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll Weil Das habe ich schon ein bisschen sprachlos gemacht Es war süß Dankeschön Bioverbot Und Leute, dann würde ich sagen War es das mit der kurzen Reaktion? Ich weiß generell bei so Reaktionen nie genau Was ich jetzt dazu sagen soll Weil Ich bin nicht so ein Reaktionstyp Und Dann würde ich sagen War es das mit dem Video? Schaut echt mal bei Bioverbot vorbei Er kriegt echt viele Dislikes auf seinen Videos Also Leute Lasst mal bei dem Video ein Like da Wenn ihr Ehre habt Und auf diesem Video natürlich auch Und Ja Schreibt mal eure Meinung zu dem Song in die Kommentare Bis zum nächsten Mal Haut rein und ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal